So, ich würde sagen, wir legen los, dementsprechend bleibt mir nicht viel übrig, außer euch ganz, ganz viel Spaß bei It Takes Two zu wünschen, und zwar mit der lieben Steffi und mir, ja? So, müssen wir ein neues Spiel starten, wir haben gerade schon eins zum Testweiser, nur um zu gucken, ob es auch auf Deutsch ist, beziehungsweise war noch von gestern sogar, müsst ihr jetzt auf Deutsch sein, toi, 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 let's go! Ah, fortfahren. Hey. How was your day? Great, the toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget, I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. But it's Saturday. I know, I've got to work overtime. You have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. May, this... Isn't it. Let's not tell her. Let's stay friends instead. Stay friends. Let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, mate. Oh, how sweet. How sweet. Ja, direkt schon ein Problem der heutigen Zeit so ein bisschen angesprochen. Viele, viele Paare, viele, viele Ehepaare vor allem lassen sich halt einfach scheiden. Das ist ein bisschen doof. Ja, wir machen es so, dass die liebe Steffi das kleine Model spielt und ich spiele den Fettsack. So oder so ähnlich. Warte mal, muss ich jetzt einfach... Ich muss es einfach so machen. Okay. Wie gesagt, man kann es nur zu zweit spielen. Wirkt gleich noch ein bisschen anders ausschauen. Geht noch von aus. Bin gespannt, wie wir durchkommen. Ich bin echt, echt super gespannt, wie wir durchkommen. Ja, soll ja ein bisschen mit Rätseln unterwegs sein. Bin echt gespannt. Let's go. Adelaide. Adelaide. Was ist das eigentlich? Ist das so ein... Buch. Das... Buch oder Buch, okay. Das musst du gleich noch nicht erleben. Ich sehe. Hey, honey. Can I just take Elephant a sec? All right. Uh, Rose. Honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, uh, we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that well, Mom and Dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Uh, yeah, yeah. Of course, sweet. Ja, sehr diplomatische Lösung. Anstatt einfach zu sagen, hey, Mensch, Mom und Dad, wollen wir mal wieder mit anderen Vögeln? Oder was? Oh, oh. Das macht die aber bestimmt nicht zum ersten Mal. Das macht die definitiv nicht zum ersten Mal. Dr. Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Hä? Look. Okay. It says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, Dad, I wish you could be friends again. Oh, Kindertränen. Wenn's mal so leicht wär, einfach über irgendwas weint, dann wird's lebendig. Oh, what is this? What is this? Oh, help. Hello? Help! Cody, I'm crying to sleep. Shut up. May? May, is that you? No. 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 Why do you always blame me? I'm Dr. Haki! Worldwide bestseller and an expert on love! Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best! I've helped millions of couples and now I will help you two to get together again! This is definitely a nightmare. I need to wake up! Oh, there she's again! Oh my god! You can't wake up here! Exactly! Okay, Mr. Book, so how do you wake up? Cody! May! You're here to fix your relationship! We just fixed it. Yeah, yeah. We're, uh, divorcing. It's all good. No! I will help you fix your relationship! Chapter one! Fix your relationship! Plus, I promised your daughter to fix your marriage! See, love is like a mountain! Oh, what? May! May! It's Rose! Come on! Let's get to her! She must know what's going on! You know what I'm saying? Hello? Hello? Yeah! Da müssen wir gleich mal los! So! Dann gehen wir jetzt rüber! Oh, warte mal! Ich bin, ich bin rechts, ne? Ja! Okay! Okay! Aber man sieht, Gott sei Dank, alles meine Kämpfe! Okay, dann ist so, ja! Oh, warte mal! Ich kann auch flitzen! Ich muss mal kurz mal so ein bisschen mit der Steuerung klarkommen! Okay! Okay! Oh, der ist aber richtig.. Nööööö! Oh! Nee, alles gut! Alles gut! Ähhh, die Cam ist ja über mir! Die Cam ist ja über mir! Ich muss noch kurz gucken, kann ich hier sonst noch was machen? Kann ich schlagen oder so? Ja, Urspr centro und Steuerung so! Wart mal Urspr!!!!! prov küçük und Steuerung! So! Das sieht da auch echt schön aus, oder? Ah, und sneaken können wir auch. Aber der sagt sowieso alles nochmal, die Steuerhoney brauchst du das jetzt noch nicht mehr. Okay, okay, dann können wir jetzt mal flitzen, dann flitzen wir mal darüber. Boah, das sieht aber auch echt schön aus, oder? Echt auch so ein bisschen... Ja, liebevoll gemacht. Wobei, warum... Warum... Okay, okay. Müssen wir das jetzt zusammen machen, ne? Okay, let's go. Woah, Mei. Mei, äh, sie sind live. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Aber was, was passiert? Wir können nicht die Stärkung ohne diese Fusen. Aber... die Fusen? Die... die einfach... die einfach wegflogen! Ich meine, ich habe... Sie sahen sie mit ihren kleinen Fusen? Ja, Fusenlecks. Lass uns einfach sie zurückbringen. So, jetzt müssen wir sie wieder zurückbringen. Die kleinen Fusen. Und jetzt müssen wir die einfach reinstecken. So, perfekt. Wo? Ach, da oben. Okay, aber können wir ja hier auch oben. Warte mal, so. Ach, wir können sogar einmal an die Wand. Ja, das ist ja cool. Ja, das ist ja cool. Warte mal, springen. Stampfwattacke. Muss ich das Glas kaputt machen? Oh, yeah, ich muss kaputt machen. Tweet. Ach so, das ist jetzt gerade Tutorial, ne? Oh, ja. Das erinnert mich aber so heftig an Super Mario, ne? So heftig an Super Mario. Ich kann den nicht mal Feuer bekommen. Oh, 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 oh. Doppelsprung. Ah, okay. Nein, der hält sich nicht fest. Oh Gott. Ähm. Yeah. Aber ich starte Gott sei Dank. Ja. Oh. alles cool ich muss erst mal auf dich warten ich häng da mal ne runde ab ja ich häng dann einfach mal kurz ne runde ab du hast einen trippelsprung du hast grad einen trippelsprung das sah gerade aus wie ein trippelsprung jetzt hier ein bisschen ducken wahrscheinlich sehr schön das kriegen wir hin sie es gerade mal ein pop ist aber es nicht ganz so schlimm hat es jetzt sind da hinten hatte mal so jetzt mal hier ja hier runter okay okay jetzt wahrscheinlich hier drauf oder oh ja ich gut aus gleichzeitig ich muss ja erstmal gucken ich muss ich muss hier gucken ja ja easy peasy lemon squeezy wieso ich hab mich einfach festgehalten ja das hold on warum kann ich mich da nicht festhalten ach so ok ich sehe schon steffi komm patrice hier bin von tiktok hier rüber gekommen ja bei tiktok scheine ich irgendwelche verstöße gemacht zu haben das mit dem vögeln das war wahrscheinlich ein too much i don't know aber auf tisch geht es weiter auf tisch geht es weiter und wir kommen hier auf tisch ja ich bin einfach zu sexuell ich bin einfach zu sexuell was ich machen müssen wahrscheinlich den kabel folgen oder man da da das ist eine sehr gute ach der ist noch nicht drinnen ach so ja gut dann auf geht es ach und das soll jetzt das strom nachstellen so komm her komm her komm her komm her komm her und hoch holy guacamoly wo muss es nicht rein aber ist nicht wahr jeder ab leading Let's put it in. That's what he said. Okay, let's put it in So müssen wir es jetzt nochmal? Okay, wir müssen es nochmal betätigen. Let's go. Deffy, komm runter. Komm runter. Perfekt. 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 Das Buch ist ganz schön frech, ne? Das Buch ist ganz schön frech, sag ich dir. Ja, okay. Sollte aber für uns kein Problem sein, den Namen kennen wir ja schon. Zu genüge. Oh, move out of the way, you stupid fuck. Yeah, get out of the way. I need to go and talk to my daughter. Your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask yourself. Can you really own the people you love? You just let us through? Come on. I win. But first, there's someone I want you to meet. There's someone I want you to meet. Oh. Oh. Stop so go? Why do I recognize your voice? Me? Oh, what? No. We, uh, we've never met. Sorry. What's a bit like a vacuum cleaner? Oh, yeah. Because it is your vacuum cleaner. Yo, vacuum. Que pasa? Que pasa? Oh, look. There it is. Well, I mean, you know, some of it, it's... So that's why I broke down. It was your fault. Oh. And you promised him you fix me. Thank you. Instead, you put me away for life in here. Yep. I can't have a salve, no. Holy guacamole. Läuft. Jetzt sind wir schmutzig. Jetzt sind wir so heftig schmutzig. Oh. Schmutzig. You want to get back to Rose? Yes. You want to talk to your daughter? Yes. And you need to climb the vacuum together. Oh, come on. Why are you doing this to us? Because you two must learn collaboration. That's not all strong points. Aha. You know, collaboration is the key to a successful relationship. Huh? Collaboration. You understand? You understand? See you later. Hasta la vista. Good luck. All right. Bye-bye now. Crazy book. Crazy book. All right. So. Was, hier oben kann ich nicht mehr hinspringen? Okay. Irgendwann hier runter. Let's go. Let's go. Das ist alles super dreckig. You know, self-help books are very important to somebody. Okay? Aber die sind dahinten. Ey, wo gehst du hin? Ich will mir einfach umgucken. Da hinten ist irgendwas, irgendwas, was versaugt. Oh Gott. Ich denke mal, in die Flüssigkeit dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. Sie sieht so grün aus. Und so eklig. Such mal. Nee, lieber nicht. Müssen wir, müssen wir, müssen wir, warte mal, müssen wir jetzt hier ruhig. Oh, wir müssen hier durch. Ich bitte einfach mal. Muss ich das? Muss ich das? Oh, no, 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 no. Ich muss das. Ja. Ja. Ja, ich bin da. Warte mal, das zieht rein. Das sieht aber aus, als ob es da, wenn du mich töten würde. Dann müssen wir das hier wahrscheinlich irgendwie ausrichten. Jump inside the house. Ja, und ich muss da reinspringen. Ich muss das schmerzig über das Ding da machen. Yeah, let's go. Come on. Hä? Über den Ventilator? Was machst du? Hä? Über den Ventilator? Der zieht doch rein. Wie, der rein? Der zieht rein, ja. Du musst den wahrscheinlich erstmal drehen. Wow. Ich hätte dich getötet, wenn ich dich hier jetzt reingepackt hätte. Jetzt macht er nach oben. Jetzt kann ich auch noch hier rüber, glaube ich. Steffi. Stimmt. Ich hätte dich getötet. Du hättest mich getötet, wenn du mich jetzt hier da durchgejagt hättest. So, jetzt können wir hier weiter. Alter Schwede. Steffi. Steffi, Steffi, Steffi. Sag mal, hier. Da war irgendwas Rotes. Das sah aus wie mein Penis. Was? Wir werden nicht zum letzten Mal gestorben sein. Bitte beruhigen Sie sich. Oh, was? Äh? Lass mal hier drauf. Let's go. Volle Wart voraus. Sitzen. Oh, da, da, da. Opa. Oh, ich bin, ähm. Ups. Ne, warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Oh, jetzt kommt er zurück da. Nein, ich bin, jetzt spring ich zu weit. What the? Ich muss dir dringend noch mit der Steuerung kurz mal ein bisschen klarkommen, ja? Also bitte, bitte jetzt nicht flamen. Bitte jetzt nicht mobben. Das wäre super. Ich kriege das nicht hin. Was ist das denn los? Äh, zweimal, zweimal der Test und dann, äh, ja, großschreiben. Jetzt mach ich doch. Nee. Warte, ich guck jetzt noch mal. Ach so. Ah, okay. Ich hab jetzt keine Arzt rum gemacht. Ich hab zuerst Shift gemacht, um Anlauf zu holen. Ja, das ist halt. Ja, danke. Weiß ich jetzt auch Bescheid. So, und hier müssen wir wieder durch, ne? Ne, ich glaub, es... Okay, ich glaub ich sterbe. Ja. Ich glaub, jetzt muss man wieder ausrichten. Wait, warte mal. Stop, das kannst du auch ausrichten, ne? Okay, ich mach mal. Ich mach mal. Let's go! Huia! So, du... Kannst es wieder drehen, irgendwie? Was bringt das jetzt? Oh Gott, ich will mal kurz abbrechen. Ah, jetzt saugt das. Ach, jetzt können wir hier hoch. Jetzt musst du wieder zurückkommen. Komm mal zurück. So, warte, jetzt muss ich hier nochmal. Mach nochmal um. Jetzt kannst du wieder durch. Let's go! Klappt doch wunderbar. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich weiß nicht, was ihr habt, Freunde. So, warte mal jetzt machen. Ah, ah. Ah, das müssen wir nicht irgendwie noch ausrichten. Ne, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Let's go. Ja, oder richtig fallen zumindest. Das passt schon. Das passt schon, Freunde. Oh, oh. Uh, das sah gefährlich aus. Was muss ich jetzt hier machen? Aha. Okay. Lass mich raten, jetzt... Oh, nee, von der Seite kann ich... Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich gucken, was wir jetzt hier machen müssen. Hier müssen wir irgendwas verbinden. Kann ich das einfach so zusammenpacken? Ne, ne? So kann ich... Ach so, ich komm halt jetzt nicht rüber. Ja, ja, deswegen. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier irgendwie Strom mache für dich. Das bringt wahrscheinlich nichts. Ach, nee, doch. Ja, zu Hause. Genau. Warte. Jetzt, jetzt. Ah, okay. Jetzt. Ah. So, genau. Jetzt müssen wir nämlich zusammenarbeiten. Das ist jetzt ein bisschen ekelhaft. Wenn wir jetzt auf den Knopf... Zusammenarbeiten finde ich auch so heftig ekelhaft. Ja, was... Was soll das? Oh, ja, hier muss einer stehen erst mal. Ach, zum Verbinden. Ja, genau. Ach so, ja, dann mach mal. Und dann musst du wahrscheinlich dann zum Zweiten. Ich muss dann loslassen. Und dann muss ich zum... Ich kann nicht loslassen. Jetzt so. Jetzt. Ja, Mann. Hat doch 1A funktioniert, Freunde. Also... So mache ich das tagtäglich. So mache ich das einfach tagtäglich. Ich muss mal wieder gucken, dass wir landen. Jiiiha! Oh, 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 okay. Okay, alles cool. And there you go! Oh, oh. Oh, oh. Okay, passt, passt, passt. Alles cool. Alles cool. Aber wir lösen die Rätsel hier so ultra schnell, ne? Krass. Haben wir es noch 2 Stunden durch oder sowas? I don't know. Ich bin nicht gespannt. Du scheinst zu vergessen, dass du auf mich angewiesen bist. Das ist heiß. Jetzt probieren wir die Schloss, dann geht's auch nicht. Ich muss noch runter, komm, komm, runter, runter, runter. Sche, sche, sche. So, warte mal, jetzt gehen wir hier. Und dann wahrscheinlich wieder hier lang. So. Easy. Ach, guck mal, wie einfach, Freunde. Ich bitte euch. Hat er irgendjemand ein Problem gehabt bei dem Spiel? Na, ich glaube kaum. Da hatten wir nicht mal einen Boss, sondern er hat schon so die große Klappe. Ach, Boss, Schmoss, wer braucht das schon? Aha. Ja, was denn? Das sieht gefährlich. Das sieht fucking awesome. Oh, shit. Ähm, sorry. Wait, wait. Anfangsschwierigkeiten. Passiert. Bitte beruhigen Sie sich, ja? So, guck mal, ich muss jetzt einfach nur ein bisschen timen, dann passt das schon. Everything is just fine. Yeeha! Alright. Alright, alright, alright. So, gehen wir mal hier rüber. Schneller, schneller, schneller. So. Geh mal ran. Was muss ich hier machen? Okay, jetzt kann ich den rauf und runter machen. Ach, ich muss dich wahrscheinlich erstmal rüber befördern, ne? Willst du dich jetzt dran halten? Ey, was? What are you doing? Musst dich dran festhalten, ansonsten läuft das nicht. So, jetzt rüber. Ja, schön. Jetzt musst du wahrscheinlich da irgendwas machen. Wahrscheinlich hast du, hast du, ne, hast du nicht wahrscheinlich. Eine ähnliche Vorrichtung. Wie aufgeregt er halt ist. Ja. So, jetzt haben wir hier Strom. Jetzt haben wir hier Strom. Ah. Ja, lull. Huh. Ich kann es. Ich kann es total machen. Alright, alright, Leute, alright. Uhu, uhu, uhu. Und da bin ich. Wir haben es geschafft. Oh, Gott. Ja, lass uns gehen. Wir werden zu den Topen getrennt. Es ist besser, dass das einer macht und dann der zweite. Oh, no. Oh, ich kann die, ich kann die Entfernung immer so schlecht abschätzen, ne? Oh, hopp. 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 Safety first. Hopp. Ja, Mann. Guck, guck, guck. Steffi, guck. Oh, warte mal. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, wir müssen einfach rüber, ne? Ne, ich kann ja gar nicht. Ach, stopp. Ich bin ne Hexe gekommen. Hups, oder? Ja, du musst, du musst zuerst auf das erste. Musst dann ein bisschen balancieren. Dann muss ich umschalten. Jetzt. Oh. Du musst, du musst, du musst, du musst im Flug passieren. Let's go. Oh, ho, ho, ho. Ja, nur? Wie kommst du da? Ach, okay. Du hast da auch einen Hebel. Deswegen. Oh, nee. Kann ich? Ähm. Let's go. Ey, Steffi, du musst mich erstmal da drüber kommen lassen. Dann sterbe ich. Dankeschön. Da, da. Oh, ho, 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 ho. Holy guacamole. Was haben wir hier? Let's go. So, Kropotan. Ja. Für jeden Mann das Beste. Was? Ist das ein Feuerhazard? Feuerhazard. Dann wissen wir Bescheid. Bitte? Warte mal, jetzt. Achso. Okay, let's go. Let's go. Oh, nein, da wollte ich nicht. Ja, nein, nein, nein. Oh Gott. So, ich bin oben. Warte mal, hier brauchen wir viel Sicherung, oder? Brauchen wir hier Sicherung? Oder können wir einfach so weiter? Ich glaube, wir können einfach so weiter. Guck mal, hier geht's weiter. Wir sind einfach nur da hoch. Von wegen, von wegen, er will Umgebung angucken. Freunde, so sieht's aus. So, jetzt. Geh mal da hoch. Ähm. Achso. Okay. Kannst du mal? Ich stehe da. Ja, du musst da drauf. Hö, ja. Okay, jetzt geht noch alles rum. Das heißt, ich kann mich... Oh, nee, jetzt soll ich vielleicht... Kann ich jetzt wegdrehen? So. Ja, safety first. Duh. So, jetzt ist wir durch. Hö. Okay, alles cool, Freunde. Alles cool. Speedrun. I tell you. Guck mal hier. Ähm. Das ist einfach nur, just for fun. Okay. Wir fragen uns immer, was das soll. Yeah. Ich wollte aber nur mal gucken, was, äh... Was mein Bauch so alles kann, Freunde. Oh, was haben wir hier? Ja. Ey. Ey. Sowas kommt an sowas. also das ist das ist das ist ja ja es cheating fack auf ich bin da weg das hier hoch einfach mal hier jetzt müsste man da oben kommen oder oder auch nicht mal springen und flitzen ok wo komme ich hin einfach weiter okay ja einfach durch da meine wir respawn sehr gut sehr gut das saugt ein das heißt so machen so ach so jetzt okay dann gehen wir rüber und auch fast nur jetzt muss ich das ja denkst und warum ach damit sich das dreht let it spin kann ich mich einfach daran festhalten eventuell ja ich kann nicht drauf warte mal stopp 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 ok jetzt weiter ja 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 sieht gut aus ok dankeschön dankeschön geht weiter steffi hallo kommst du was weiß ich genau sollte weiß ich nicht aber ich muss da hochkomme was muss wo hoch ach so ach so ja okay dann du standest nicht drauf das muss denken ja ich mach doch komm jieha all right so viel strom freunde so jetzt muss ich wahrscheinlich dann da durcheinander oben noch ok kriegen wir alles hin kriegen wir alles hin freunde ich habe mir gerade im real life vor wie fun das sein muss ne ach so ich kann auch schon rüber ok wusste ich nicht get down here back here ah einfach alles kaputt machen ach 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 ich einer muss das hier steuern und du musst es einsaugen wie ist das ich muss den mund treffen wie du musst den mund treffen wo bist denn du ach so da also ich muss das einfach einsaugen sagst du jetzt kriegen wir hin let's go machine gun machine gun machine gun machine gun all right und klappt es klappt es klappt okay ich glaube ich komme rüber ich komme schon rüber alles gut ist okay ist okay hallo machen wir nicht mehr direkt als sein muss was los da ich komme jetzt hier machen aber schieben 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 schiebst du gerade auch ich sehe dich gerade nicht du schiebst auch okay ich guck die ganze auf die rechte seite und sagt ich sehe dich nicht kann ich einfach links gucken ist das jetzt ein boss ja ok you destroy my digestion and you put me away to rot in here you put me away to rot in here no no wait i can still fix you i can make you work again no more lies no 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 she's right she's an engineer a really good one you are your very good ha hey vac you are you really gonna believe that huh because i would not Don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000, huh? What? You've replaced me with the Turbo X2. I'm sorry. Yes. A pretentious strange vacuum, who can't even suck properly. Hahaha. Französische Staubsauger können nicht vernünftig saugen. Das halte ich für ein Gericht. Oh Gott. So, die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Erstmal ausweichen wahrscheinlich. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. So. Suck on this. Suck on this. Oh, 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 oh. Können wir irgendwie... Ja, hier hoch. Ähm, ich bin tot. Ja, ich mach doch. So, und dann? Ja, ich mache, ich mache. Okay, let's go. Feuer. Oh, I was amazed for this. Okay, jetzt wahrscheinlich hier so ein bisschen jumpen. Oh, easy. Easy. Ist ja für Kinder gemacht. Was? Warum bist du... Du musst einfach nur springen. Okay, okay, kriegen wir alles hin. Steffi, kriegen wir hin. Oh, ich bin dagegen gemacht. No, 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 no. Oh, jetzt kommt wieder der... Oh, nice. Let's go, Steffi. Oh ja, schön in den Mund rein. Oh, yes. That's what he said. Was? Oh, oh Gott. Was müssen wir jetzt machen? Einfach stehen bleiben. Da, wo nix ist. Oh, oh, oh. Das ist ja easy, Steffi. Das ist ja... Easy peasy, Lemons fucking squeezy. So, komm, gehen wir nach oben. Ich bin nicht oben. Ja, dann geh. So, ich sauge. Bereit jetzt müssen wir... Mochi-Tasking. Mochi-Tasking. Oh, Gott. Oh. Okay, Steffi. Up with you. Up with you. So oben? So oben. Okay, let's up. Let's fetz. Kann den einen hier... Doch, jetzt so. My arms. Oh, yeah. Look at this pipe. Oh, müssen wir jetzt die Augen aufsaugen? Warte mal. Achso. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, das dauert vielleicht nicht für Kinderfreund. Oh, Gott. Das will... Ja, Steffi, first try. Erster Boss, oder? So. Ich weiß nicht, wo jetzt da das Problem war. Easy peasy, Lemons squeezy. Ich hoffe, sie weiß, was mit uns passiert ist. Oh, sie muss etwas wissen. Ich meine, sie hat diese Pfeile gemacht. Sie hat diese? Ja. Aber warum hat sie sie wie uns sehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warum erzählst du mir über sie? Warum würde ich? Sie ist ein Kind. Sie spielt mit allen Dingen von Sachen. Ja. Oh, so. Oh, come on, let's find her. Alright, let's find her. So. Oh, durchkriechen. Sorry, ich hab gepupst. Oh, was? Oh, nur warte. Oh, nur warte. Oh, nur warte. So, wo sind wir denn jetzt? Sind wir wieder unterm Ha... Wir sind immer noch unterm Haus, oder irgendwo. Oh, oh. Jetzt so. Warte mal, kann ich jetzt einfach hier hoch? So, so, so. Ah ja, easy. Let's go. Steffi, Steffi, er ist da. Hey, over here. Der Rost hat du aus, ne? Ah, er ist da. Er ist da. Ah, guck mal, da ist die Rosie. Rose, 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 Rose. Hey, du, look at us. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Wie werden wir jetzt über da kommen? Ich kann dir helfen. Was? Was ist das? Wer ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir sind hier. Look. Ich weiß nicht. Wie ist das? Ich will dich dort, wenn du mir helfen kannst, meine Freunde zu retten. Das ist ein Hammerkopf. 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 Wir sind immer wichtig und sich umgekehrt. Aber dieser Mensch hat uns in ihrer Stolzbock und weggelegt. Du meinst Mays Stolzbock? Ja, ja. Das heartless woman. Das ist eine heartless woman. Well, ja. Nein, er hat nicht. Insofern, ich habe gehört, dass die heartless woman eine neue Arbeit in der Stadt hat und hat noch mehr Zeit für unsere Hobbys anymore. Wer geht um die Hobbys? Du weißt, wie schmerzhaft es ist, um aus Rost zu sterben? Es ist wie, ich lebe, schmerzhaft. Schau, Hammer. Es gibt ein Rostremenverspray in diesem Stolzbock. Wir können euch helfen, deine Freunde zu retten, aber nur, wenn ihr uns in Rose zu retten könnt. Okay, das ist ein Problem. Puck mich auf. Okay? Jetzt, geh zu dem Pigtor. Ich bin hier dran. Wir brauchen es. Okay, hier geht's. Whoa! Wo geht's? Just whisteln. Was? Wirklich? für real die trächt den hammerkopf so als ob das so ein mensch so kinder schulranzen werden ja und ich bin der nagler okay so ziehen was kann ich damit schießen kann damit werfen ich kann den zurück rufen aber das glas kriegt nicht kaputt hast du das glas kaputt ich steck fest muss ich muss mich kurz rausziehen und du hast auch die einen wunderschönen guten guten tag ich darüber okay das ganze gut machen da showing look at me I destroy everything okay let's try just join Oh yeah and if I had a hammer headhuh in the morning kann ich hier kannst du da draufhauen ja oh oh gott also ich glaube ich war da mal eine runde tot ich weiß ich hab's gesehen mach noch mal so jetzt ok ist fest Hans hier rüberkommen ach dann musst du draufkloppen ok ich sehe steady now warte mal kann ich das auch machen oder das kannst du machen du musst mir jetzt den Nagel reinhauen damit ich doch rüber kann so dann äh mach dir mal ne wo rein ey da bei links da in das gelbe immer in das gelbe immer in das gelbe immer ach da meinst du so ja sorry ey du tust du als ob man das fuck off ja oh hier da hast du den nächsten Nagel ich hab schon alles prepared ja everything ist just prepared ups 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 hey warte mal ist es zu weit warte mal nee ich muss doppeltdash machen juhu juhu jetzt habe ich zwei ich kann die sammeln wie cool ist das denn wie kommt mich jetzt zu dir rüber ich muss dich dann rüber holen die frage ist doch mal wie ging das jetzt weiter das ist eine sehr gute frage ich schieße einfach mal um die toolbox ab ich warte ich warte ich warte der stream langweilig ein bisschen aha aha komm mal nochmal komm nochmal hau drauf sehr schön sehr schön keep on going yes alright und du und du okay der ist da hinten wahrscheinlich auch nochmal komm her komm her komm her komm her do it und hoch sehr gut sehr gut gucke das nennt mein teamwork vor allem das ist fucking awesome wuuu das war fast zu weit oh guck mal meine feilchen meine nägel zurück holen komm mal kaputt auch kaputt so ich so hier kommen wir weiter happy let's go oh book of love there are no relationships without challenges challenges make you grow what is it with you can't you just leave us alone move when you're willing to face a challenge you always learn something new so remember when you hear this sound follow it keep follow the sound and you will find the challenge you seek welcome to your first couples challenge win or lose you must do it together you must do it together well i guess we're gonna have to all right you want to give it a try we haven't got time for this oh you afraid of losing me no way bring it on bring it on und wir reden auch die haben wunderschönen guten guten tag so warte mal hier muss ich was machen ne oh warte mal bleib oben um zu punkten lass dich nicht treffen ok warte mal warte mal ach sie spielen wir gegeneinander ja haha verarscht au warte wie kann ich eigentlich gewinnen du musst ja ganz raus gucken so kurz fehlt nicht ey moment 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 too slow Oh, das Spiel mag ich, das mag ich. Da warst du auch irgendwelche Aggressionen, Bewertigungsprobleme. Ja, also, was kann ich dir sagen, ja, was kann ich dir sagen, sehr gut. Jetzt musst du dagegen, oder? Oh, sweet sounds of machinery, there's no matter of machinery. Komm mal zurück, mein Freund. Jetzt muss ich noch rüber. Ja, ich doch gleich mit, oder? Nee, du musst noch rüber. Okay, geh mal rüber. How long tight? Yo, zieh dich schon zurück, wo ich gerade noch angekommen bin. Aber du bist angekommen. And that's it. Wart's denn Putin? Ach, du musst dich draufstellen. Wart, wo muss ich mich draufstellen? Ach so, warte. Hä? Warte mal, ach, das da. Weeeee, it's me, Mario. Und jetzt? Ah. Hola. 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 Und nun? Ach so, ich muss es wahrscheinlich festmachen. So. Jetzt komm. Oh nein, nein, nein. Oh no. Ähm. Ja, und du? Ja, und du? Hier kann man dich nicht ver... Ja, du musst, du müsstest, glaube ich, dann nochmal zurück. Ja. Ja. Geh nochmal rüber. Das war jetzt bloß Trockenübung, ja? Ja. Jetzt machen wir mit Spuko. Was? Ja. Alright. So, weiter geht's. Auf geht's. Komm. Mal hin oder? Ja. Hui. Und tschüssi. Kowski. So. Jetzt komm ich zu dir. Sehr schön. Komm zurück. Sehr schön. So, muss das laufen. So und nicht... Ähm. Ich ruf die, glaub ich, immer zu früh zurück. Das könnte echt gefährlich kommen, ne? Das könnte echt halt einfach... Oh, ne, nicht da ist. Oh, geiler Gott. Warum hast du ihn jetzt zurückgeholt? Weil ich's kann. Ich hab da hinten schon die nächsten gemacht, ne? Das wird jetzt richtig ekelhaft. Äh, okay. Das kriegst du hin, Steffi. Ja, ich brauch deine Hilfe, sonst geht's nicht. Ich musste einfach hier nur... Ne? So. Ähm, ähm. Ich glaub. Das hast du nicht geschafft. Ich glaub das auch nicht. Ach, weil du den unten fixieren musst. Ach so. Aber so, dass halt Platz ist. Ja, dann mach rüber. Reicht das? So, warte mal. Ach, oder musst du den lösen? Ach, okay. Und wieder fixieren. Warte. Oh, ähm. Oh, ähm. Ach, ich kann die einste zurückholen, oder was? Jaja, du musst die einste angucken, den du zurückholen willst. Okay. Okay. Zweiter ist jetzt da. So. Ja, aber du musst doch den Wagen links linksen, oder? Fixieren. Ja, du musst doch zuerst da oben dran. Ich hab nämlich nur keinen mehr übrig. Ne, nach links. Ne, den obersten wieder wegnehmen. Ach so. Und jetzt den unten fixieren. Oh, nein, 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 nein. Okay, stopp, stopp, stopp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schüpp nicht! Okay, jetzt da. Okay, 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 okay. Alles cool, alles cool. Oh, wieder. So, jetzt da. Hui. Man. Da wärst du ja fast drauf gegangen, ne? So, hier, da. Ja. Nee, wegnehmen, ich muss erstmal nach ganz links. Ach so. Junge, Chris, ey. Junge, oh, da hab ich jetzt grad ein bisschen Angst gehabt, obwohl du eigentlich gar nicht sterben kannst, so wirklich. Ja doch, ich muss ja wieder von Anfang an beginnen. Ja komm, jetzt mach ihn da. Arzt rein. So, okay, oder? Ja. Du musst erstmal Lage checken. Ja, check mal die Lage, ja. So, da ist da einen und da ist noch einen. So, das fetz. Das müsste so passen. Das sehe ich jetzt schon. Das passt. Nee, ich bin genau weg, wenn der Nagel dort sein sollte. So, jetzt so. Oh, ähm. So, spring schonmal. Du musst da, du musst da drücken, ja? Oder geht das nicht? Nee, das geht wahrscheinlich schon im Flug, oder? Ah, du passt halt auch. Wow. Na, Präschichte. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Äh, du musst da, du musst da, okay. Ähm, warte mal, wo bist denn du jetzt? Da. Ach, ich muss wahrscheinlich wieder da drauf. Ich sehe, was du da gemacht hast. Let's go! Come on! Yeeha! Alright. Ähm. Sliding Sawblades? Really? Warte mal. One more nail! Pull it out! Heads up, Cody! Hast du grad noch einen... Ah, ich hab einen... Oh, dritte Nagel, Freunde. Ich bin der Nagler! Jesus wäre stolz auf mich. Was? Ja, und jetzt muss ich das machen, oder? Ähm, also ich sehe jetzt zumindest mal nichts, was ich jetzt hier machen könnte. Ich hab's hier. Was passiert denn? In Ordnung. Ach, da hinten dann. Wo hinten? Na hinten, erst wenn du dann durch bist, quasi. Ach so, ja, ich muss da... Ach, ich muss Timing beweisen, okay. Okay, jetzt. Jetzt, warte, warte, warte. Jetzt, wuhu! Haha! Easy peasy lemon fucking squeezy. Oh, hier oben musst du, glaub ich, kaputt machen. Ach, stopp, ich muss erst mal wieder... Okay. Okay. Oh, great. Another trust exercise. What? Wait, wait, wait. Nee, nee, pass auf, jetzt müssen wir erst die Hinderste machen, und dann muss ich die Vorderste machen, dass ich dann so... Ach so, ja, ja, ich weiß schon, ja, 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 alles cool. Äh, also jetzt muss ich dich wieder... Warte mal, spring nochmal nach rechts und wieder nach links, dann halt ich fest. So, jetzt muss ich die wegnehmen, und dann so. Kommst du hoch? Jetzt musst du die... Ach so, ja, 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 ja. Ich weiß, was, 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 was... Pass auf, pass auf, so. Pass auf, so. So, warte... Jetzt nehmen wir die wieder weg. Dann packen wir... Die da hin. So, so... Ah, gucke! Gucke! Steffi! Also! Ich will jetzt echt nichts sagen, aber war schon irgendwie krass, ne? Ich will jetzt echt nichts sagen, aber es war schon irgendwie krass, ne? So, komm mal hier, hau mal die Gläser kaputt. Warum kann ich die eigentlich nicht mit den Nägeln kaputt machen? Das ist ja immer voll lame. Naja. Ja, komm, es dauert. du ja ist das ist ein bissel doof ist das ja come on war wohl zu kompliziert ruck komm ich gleich in der nächste Bosse oder was oh Ich glaube, die Toolbox ist böse auf uns. Ich wollte nur gucken, ob ich da die... Oh, warte mal. Holy shit, hi. Ich wollte nur gucken, ob ich da... Ah, hi. Ähm, ouch. Warte mal, ich muss kurz wieder respawnen. Warte denn. Das heißt jetzt was? Ah, okay. Na ja, easy peasy. Ach, guck mal, wie einfach das doch ist, Steffi. Ich hau mal da drauf. Warte, stopp, Nägel. Okay, jetzt. Kann ich da irgendwie was fixieren? Nö, ne? Au, 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 au. Warte mal, ich muss, glaube ich, hoch. Warte mal, warte, 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 warte. Oder? Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Au, ich bin tot. Wow. Oh Gott, ich... Oh Gott, ich bin voll genagelt, ne? Ja, aber irgendwie muss ich darüber... Oder muss ich mich beeilen? Ich muss mich einfach noch übelst beeilen. Ich glaube, du musst dich einfach nur beeilen. Ja. Come on. Come on. Alright. War doch gut. Jetzt nach oben hier. Komm her. Oh Gott. Oh, 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 oh. Nagel. Der wollte Doppelsprung nehmen. Alter, warte mal, warte, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Okay, alles cool, 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 cool. Okay, hat er wunderbar funktioniert. Warte, 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 überlebt, survive. Ich muss es nochmal gelang, ne? Oh, 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 okay, alles cool, alles cool. Ja? Ich denke, ich habe einen sehr guten Job. Ich muss mich fixieren, ich muss mich fixieren. Ach so. Ey, warte, warte, stopp, ich bin genagelt. Warte, 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 warte. Warte mal, ich gehe mal kurz zur Sicherheit. Warte. So, hau hoch. So, sehr schön, jetzt müssen wir von hier. Okay, alles cool, komm her. Ich muss hier wieder kaputt hauen. Komm her, komm her, komm her. Ich bin nicht oben. Ach so, ich habe... Ja, dann hau nochmal drauf. Komm jetzt so. Au, 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 komm, 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 komm. Hier sind Nägel, gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Mayday, Mayday. Oh Gott, oh Gott. Hier, mach's kaputt. Sehr schön. Hui. Jetzt habe ich meinen Nagel gerufen. Puh. Oh, 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 oh. Hier, hau drauf. Du siehst doch, wo in die gekommen. Hau drauf. Ey, du hast mich gehauen, ne? Du hast fucking auch an mich gehauen. Oh Gott. So, jetzt, komm, hau drauf. Hau drauf. Ach so, äh, ja, warte, 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 warte. Mann, 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 Komm, 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 Komm. Hui. Okay, passiert. Äh, passt. Komm ran. Komm ran. Oh Gott. Und mich ja auch dir einen wunderschönen Tag und vielen Dank für den Riesam im 21. Monat. Vielen Dank dafür. Ha. So. Na, 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 na. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt. Was, was ist fine? Okay. Was ist fine? All right. jetzt kommt iron man jetzt machen erstmal erstmal abwarten erstmal ausweichen kannst du jetzt okay springen okay das hat er super funktioniert ich glaube ich muss irgendwo gegen ballern der nämlich links auch so gelbe sachen da ist voll gefährlicher typ wohl gefährlich jetzt kommt wahrscheinlich wieder mit dem anderen abend ja da okay jetzt rüber oder ach so ja sorry aber alle alle okay aber wir sind wie es funktioniert alles cool die theorie ja all right so 1 2 und 3 let's fett oh yeah hau ihn kaputt putz okay kassafanwender wo sind meine nägel also macht jetzt das feld kleiner ich glaube schon okay okay jetzt wird es jetzt ist lustig vor einer dann sollte ich jetzt wohl nicht sterben nein ich bin auch tot nein ich hoffe du bist wieder da okay ich bin wieder da ist cool jetzt kannst du sterben wenn du magst oder auch nicht all right 1 2 let's bett ich ja nein glaube ich nicht ich glaube nicht der macht okay ne moment dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich schneller 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 alles cool alles alles cool so far so gut wow wow ich bin nie ich bin nie wie mich back aligned wait a second ich stehe wieder alles cool herz Di res fine okay coùng sein armen wei auch und Like one hell oh up let's go So, ich hole sie wieder. Äh, warte mal, war sie überhaupt gut? Okay, alles cool. Ich glaube, es ist nur noch der einarmige Bandit, Freunde. Machst du Radiore oder was? Okay, wollte nur nachfragen. Aha, das Anti-Rottspray. Was macht er denn jetzt mit der Pfannenbänder? Alter, dude. Ähm, okay. So, jetzt? Oh Gott. Ja, ich sehe schon, was du da machst. Äh, ist gut. Das ist ungünstig, dann kommen wir schnell wieder. Was macht er jetzt? Klatsch, klatsch, klatsch. Ich fühle mich gerade wie eine Fliege, ne? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie eine Fliege. Bloß halt nicht ganz so wendig. Ist lustig, weil er am Fun, wenn er benutzt. Muss man hier irgendwie, muss er draufkloppen? Ich glaube, du musst er draufkloppen, ne? Mach kaputt, das Teil. Achso, ich muss er, ich muss... Ja, 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 alles cool. Ja, Mann! Ich bin fucking Iron Man. Oder Nagel Man. Nail Man. Snail Man? Nail Man. Never mind. Jetzt kommt irgend... Ja, die nimm uns auch immer Platz weg. Okay. Jetzt ist nicht schlimm. Ich kann auf kleinsten Bedingungen, kann ich arbeiten, Freunde. Auf kleinsten Bedingungen, kann ich arbeiten. Ey, 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 ey. Nägel, Nägel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich laufe. Okay, hey, cool. Also, ich bin, glaube ich, echt geboren fürs Game. Ein bisschen zumindest. Oh, ich bin hier falsch, ich bin hier falsch, hi, hey, äh, du bist tot, by the way, da kommt noch was, oh, okay, okay, alles cool, okay, klatscht, klatscht, klatscht like it hard, ähm, Steffi, du musst das überleben, da, hau drauf, hau drauf, warte, oh no, Steffi, muss alles nochmal, oh, Nägel, Nägel, hey, wir haben ja Zeit, Oh, du machst es noch kleiner, ja, Steffi, du musst da, du musst da echt jetzt mal so ein bisschen, ne, ne, weiß Bescheid, ja, du hast da nicht mehr draufgeschlagen, wenn ich draufgestanden hätte, okay, Klingenklatsche, Klingenklatsche, komm on, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, alles cool, so, alles cool, alles cool, so far, so good, so far, so good, so far, so good, so far, so good, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, alles cool, okay, jetzt da, jetzt da, Alter, okay, 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 hey, 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 kein Thema, kein Thema, wo bin ich, da bin ich, jetzt, jetzt, go, 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 oh, yeah, I'm gonna finish you, I'm gonna fucking finish you, nein, der letzte saß nicht, okay, ähm, können eng werden, können eng werden, yes, aber da, steh ich drauf, weiß nicht, vielleicht ist er kaputt, hey, du, Ich glaub, das ist kaputt, ne, stopp, stopp, okay, der klatscht einfach nur ein bisschen weiter, oh, geil, oh, ja, komm, 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 ja, man, und weg mit dir, mm, ja, ähm, Haben wir gut hier macht, Jeffy, haben wir gut hier macht, yes, oh, wow, oh, yeah, oh, und, oh, ein bisschen spukert, gleich geholfen, thank you, You got a friend in me, you saved us from that rustin' toolbox, thank you, May, you are a true hero, oh, thank you, Hammer, hey, what about me, huh, I was part of this too, where's my hero love, did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose, oh, of course, of course, Sebastian, can you help him out? Okay, they have to get to the other side, okay, step on board, step on board, okay, oh, this doesn't feel safe, I'm not sure, just relax, okay, don't worry, very precise, Sebastian, sling it! Eine runde fliegen! Jetzt geht die andere weg, oh, no. Wow! Hurra! Hurra! Woo! Oh, boy.